Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH und Co. KG. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Diese Folge Reisen, Reisen startet mit einem intimen Geständnis. Mein Name ist Michael Dietz und ich liebe Samstagvormittage. Im Sommer. Ich bin normalerweise eigentlich gar nicht so ein Early Bird, aber weil es ja so früh hell ist im Sommer, war ich oft so mit dem Vogelzwitscher das erste Mal auf. Zu Hause drehe ich mich da gerne nochmal um, aber in der neuen Stadt bin ich zu aufgeregt. Und ich muss ja auch gleich los. Samstage haben, finde ich da so eine besondere Magie, so ein besonderes Flair. Viele haben ja schon frei, die Stimmung ist so allgemein ein bisschen lockerer, die Geschäfte haben aber noch auf. Und wenn es dann noch sowas Besonderes gibt, wie vielleicht einen der schönsten Märkte zum Einkaufen, Essen und Trinken, dann bin ich eh hin und weg. Und dann wartet ja noch Freizeit, Nachtleben, vielleicht wird irgendwo Fußball gespielt und am nächsten Tag ist ja Sonntag. Der ist ja auch oft nicht so schlecht, vor allem in einer der Perlen Süddeutschlands. Eine Perle von Stadt. Gleich lernen wir Freiburg im Breisgau kennen, in Baden-Württemberg. Vorher wecken wir noch meinen Freund Jochen Schliemann aus seinem Sekundenschlaf, der bei ihm manchmal Minuten dauern kann. Moin Moin Jochen, schön, dass du mit uns unterwegs bist. Hallo. Podcast, du bist live drauf. Achso, ja, ich war kurz eingediggert. Ja. Hallo. Ich weiß, du bist ja so das offizielle internationale Gegenteil eines Morgenmenschens. Ja. Ich habe das ja schon erleben dürfen. Ich sag es mal charmant. Und ich glaube, du stehst sogar wegen der Heftigkeit unter Schutz der Vereinten Nationen oder so. Oder Tierschutzorganisationen haben für dich schon Petitionen unterschrieben. Aber trotz allem fühlst du meine zumindest Samstag-Vormittag-Liebe, wenn es nicht der Morgen ist. Ja, tatsächlich. Das ist mein Lieblingstag. Seit ich denken und sprechen kann, beides gleichzeitig, trage ich das vor mir her, dass mein absoluter Lieblingstag, und mich fragen viel zu wenig Leute, wirklich immer der Samstag ist. Deshalb hast du ja mich. Ja, genau. Also Freitagabend ist super. Sonntag ist der Puffer, den wir alle brauchen. Und Samstag-Vormittag, wenn du merkst, das ist jetzt von zwei guten Ereignissen, nämlich Freitagabend und Sonntag umgeben, es ist tatsächlich mein Lieblingstag. Und da bin ich morgens dann auch halbwegs gut drauf. Halbwegs gut drauf. Läuft ja Jochen pfeifend durch die Straßen. Ja, wollen wir übertreiben. Gut, beim Militär pfeifen sie ja auch. Nein, aber das ist vor allem mit dem Losgehegefühl einer Reise, das kenne ich. Also, dass man dann doch so, dann bin ich doch tatsächlich ein schneller Aufsteher, der dann tatsächlich auch sagt, komm, das Croissant auf die Hand, ich dackel schon mal los. Das kann ich nachvollziehen, was du da grob umreißt. Ja, und ich glaube, Freiburg wirkt auf Samstagsmenschen nochmal verstärkend. Wir streuen an dieser Folge nämlich bei bestem Wetter durch eine der liebenswertesten Städte dieses Landes. Ich habe mal in unserer Leipzig-Folge gesagt, wenn sie mich in Köln nicht mehr haben wollen und in Berlin nicht mehr reinlassen, dann fände ich Leipzig attraktiv zum Leben. Und jetzt grätscht da Freiburg mit einer Blutgrätsche rein und macht so ein verschwörerisches Knipsauge und sagt, Michi, ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Werbung. Bist du Typ Bargeld oder Typ Kartenzahlung, Jochen? Ganz klar Typ Kartenzahlung, liebe Chefin. Bargeld habe ich fast nie dabei, aber meine Girocard schon. Die ist übrigens mit mehr als 100 Millionen Karten und fast 7 Milliarden Transaktionen jährlich das beliebteste Bezahlmittel in Deutschland. Kein Wunder, die Girocard steht schließlich für Sicherheit, Verlässlichkeit und kann im deutschen Einzelhandel quasi überall benutzt werden. Was für dich ja sehr wichtig ist, wie klappt es mit Bezahlen und Geld abheben im Ausland? Das funktioniert einwandfrei. Das System arbeitet mit internationalen Partnern, ist super vernetzt und wird ständig weiterentwickelt. Auf der Karte gibt es dann ein zusätzliches Akzeptanzlogo und schon klappt es mit Zahlungen auch außerhalb des Girocard-Systems. Und man kann super die Ausgaben im Auge behalten. Auch das ist ein echter Pluspunkt. Die Girocard ist eine Debit-Karte. Das heißt, das Girokonto wird direkt nach dem Einkauf oder Abheben belastet. Damit sieht man jede Zahlung sofort im Online-Banking oder auf dem Kontoauszug. Und jedes wundervolle Essen, das du mit ihr erleben durftest. Die Girocard ist die Debit-Karte der deutschen Banken und Sparkassen und Kartenzahlungsmittel Nummer 1 in Deutschland. Alle Infos findet ihr auf Girocard.eu und wie immer auch in unseren Shownotes. Ich sag's direkt voraus, es ist fast eine Unverschämtheit, wie schön und lebenswert die das da unten haben in Freiburg. Schon im Zug, ich bin spät abends hin, an einem Freitagabend, bin ich mit dem Zug von Köln Richtung Freiburg gefahren. Und saß im Bordbistro und hab noch was gegessen und getrunken. Und kam da mit einer Frau, die auch da saß, ins Gespräch und haben so geplaudert. Und sie sagt, sie fährt nach Freiburg. Ich sag, ich auch, wohnst du da? Und sie so, eigentlich nicht. Aber sie sagt, sie arbeitet remote und sie hat für sich Freiburg entdeckt und hat da einfach ein WG-Zimmer. Und wenn immer sie kann, ist sie einfach da, um zu arbeiten und in der Stadt zu sein. Das fand ich verrückt. Also das war der erste Mensch, die erste Freiburgerin, die ich auf diesem Trip kennengelernt habe. Und also so Wahlfreiburgerin, die ab und zu oder so oft wie möglich da ist, wegen der hohen Lebensqualität. Und das war am Freitagabend im Zug, vor meinem Samstagvormittag in Freiburg. Aber wenn ich dann jetzt so überlege, schon dieser Freitag spätabends, als ich in Freiburg ankam, eigentlich war das wunderbar. Sommer, es war noch warm, Leute auf der Straße, Leute auf Fahrrädern, Bier in der Hand, ältere Leute mit einer Flasche Wein. So vier junge Leute machen im Licht von der Straßenlaterne so ein TikTok-Video. Ich bin dann da durch und habe es natürlich gestört aus Versehen. Stark, ja. Also jeder hat seine Inselbegabung, ich habe diese. Ich bin dann in Sedanviertel gelaufen, das kannte ich noch nicht, jetzt weiß ich, dass es so heißt. Das ist so ein bisschen das Alternativviertel. Und dann bin ich Richtung Hotel durch ganz viele junge Leute, durch Studierende, die saßen da vor Kneipen und lachten. Und dazwischen war so ein Unverpacktladen, mal ein Wölkchen Gras. Jemand spielt wunderschön Gitarre, eine Frau singt Spanisch dazu. Das war so, als ich in die Stadt reinlief. Und da hätte ich schon ahnen können, dass der nächste Tag was mit meinem Herzen macht. Aber ich war zu müde an dem Freitagabend. Ich habe gearbeitet bis abends und bin dann so in den letzten Zug, der noch fuhr, Richtung Freiburg rein. War dann Mitternacht im Bett und ich freute mich schon so auf die Tage, die da kommen. Und natürlich diesen Samstagvormittag, weil ich schon wusste, es ist Markttag am Freiburger Münster in der Altstadt. Freiburg ist nah an Frankreich, also ziemlich nah an der Grenze, oder? Ja, ich gehe gerade so mit und versuche gerade zu fühlen und so und werfe mal gerade so mein Amateurwissen in den Ring. Ja, aber das ist eigentlich ganz gutes Amateurwissen. Das ist schon nicht mehr Kreisklasse, das ist schon eine Bezirksliga, Jochen. Na immerhin, siehst du. Ich erkläre es mal kurz für alle. Also ich bin ja mit der Bahn gekommen, das habe ich schon gesagt. Und die Stadt ist super gut angebunden. Ich habe mal nachgeguckt, Frankfurt zwei Stunden, Bonn und Saarbrücken so um die drei Stunden, Hannover fünf, Berlin sechs bis sieben Stunden. Aber wer da ein bisschen länger aus dem Norden kommt, der fährt echt eine andere Welt. Gerade wenn man aus Norddeutschland kommt. Und Freiburg heißt ja auch immer, man hört immer so Freiburg im Breisgau. Ja. Was ist eigentlich dieser verdammte Breisgau? Das wäre die nächste Frage, Frisky. Das wäre die nächste Frage. Da habe ich auch eine Blutgrätsche rein, da habe ich es mir einfach selbst gestellt, weil ich wusste, sie kommt. Der Breisgau, pass auf, Jochen, ist in der Nähe von Frankreich. Ja gut, also ich kann es schon kombinieren. Also meine drei Wissens, also die drei Sachen, die ich weiß, kombiniere ich beliebig. Da jongliere ich richtig mit. Also der Breisgau, Region im Südwesten Deutschlands, da sind wir gerade, genauer gesagt in Baden-Württemberg. Im Westen ist der Rhein. Und der Rhein trennt ja, ist ja die natürliche Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Und der Hammer ist, also von Freiburg bis an den Rhein sind es nur ein paar Kilometer. Also im Westen der Rhein und dann auch die französische Grenze. Im Osten der Breisgau, Kopf an Kopf, mit dem berühmten Schwarzwald. Ach guck. Und der erstreckt sich entlang des Flusses der Dreisamen. Und die Dreisamen, die lernen wir später auch noch genau kennen. Da ist was los, sage ich dir. Ich sage nur eins. Plötzlich waren alle nackt. Ja, ich lasse die Denkpause. Das als Cliffhanger. Ja genau, man streicht ja immer die Sachen, die man nicht sagen sollte. Und ich war jetzt bei Platz 9 angelangt. Ich dachte, komm, ich lasse mal einfach jetzt so stehen. Das wirkt ja auch für sich. Ich war gespannt, ob du es aushältst, aber... Es wird schwer, es ist nicht leicht für mich. Ich wackele auch mit dem Fuß, weil es Übersprung ist, Hand oder so. Sodass die Energie muss irgendwo hin. So, jetzt kommt der Grund, warum plötzlich alle vielleicht nackt waren. Das spoiler ich jetzt schon. Freiburg ist die Stadt mit den meisten Sonnenstunden in Deutschland pro Jahr. Okay. Das wusste ich auch nicht. 1700 Sonnenstunden. So im Schnitt. Also fast wie im Mittelmeer. So weit im Süden sind wir jetzt aber nicht. Aber wir sind der südlichsten Großstadt Deutschlands. Das steht dran. Und da passt auch, dass Freiburg die meisten Tropennächte in Deutschland hat. Sowieso schon immer. Jetzt durch diese Sommer, die wir haben im letzten Jahr sogar noch mehr. Und zu diesem sehr sommerlichen Wetterchen gibt es in Preiskau dann drumherum, also diese Region um Freiburg, das ist tatsächlich so ein Märchenland für Naturliebhaber. Also wer Wandertag machen möchte aus Freiburg raus, kann sich entscheiden zwischen grünen Wäldern, Hügellandschaften, dazwischen so glitzernde Flüsse, blühende Weinberge. Und so jeder Jahreszeit auf eine eigene Art reizvoll. Weil es ist dort immer ein bisschen wärmer als im Rest des Landes. Heißt, im Frühling blühen die Blumen früher als zum Beispiel im Norden. Im Sommer strahlt die Sonne noch ein bisschen mehr. Im Herbst leuchten die Blätter halt wirklich so in allen Farben. Die haben so einen Indian Summer. Und im Winter kommt dann noch dazu, durch die Höhe und den Schwarzwald, dass du auch immer mehr Chancen auf Schnee hast. Also viel Schnee gibt es in Deutschland ja eh nicht mehr. Aber da, durch den Schwarzwald, bist du auch schnell im Schnee. Und deshalb, Breisgau ist rund um Freiburg, also für Ausflüge ein Träumchen. Wenn du Wein magst, ich meine es nicht nur zum Trinken. Ich finde ja auch Landwirtschaft, also von der landwirtschaftlichen Perspektive, sieht ja nichts idyllischer aus als Weinberge. Also ich finde so ein Weizenfeld auch schön. Aber Weinberge finde ich halt mit diesen urigen, knarzigen Weinstöcken, das finde ich halt schön. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich aus der Südpfalz komme. Ich bin ja quasi an so einem Weinberg geboren. Da bin ich so rausgehüpft. Und vielleicht ist es das, aber es ist dort im Breisgau. Ich war da auch schon oft wandern. Und du läufst da durch diese Weinberge, durch diese Hügel durch. Und das ist einfach sehr idyllisch und wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ich habe als Norddeutscher tatsächlich, also erstens stimme ich dir zu. Also es strahlt einfach was aus und es ist schön. Diese Weinberge, diese hügelige Landschaft dann, die dann so gebaut ist. Ich habe das in Norddeutschland manchmal so bei Rapsfeldern. Raps auch toll. Das Gelb ist schon super. Das ist knallige Gelb. Das ist schon cool. Da gab es auch immer so, ich hatte früher immer so einen gelben Pullover als Kind. Wir sind also im Norddeutschland, da gibt es viele Rapsfelder, gerade in Südrichholzstein. Und wenn du gelben Pullover hast, waren auch immer Rapskäfer drauf, weil die immer dachten, du bist Raps. Und das heißt, Rapsfelder lösen in mir auch was aus. Aber seit ich auch den Süden Deutschlands ab und an erkunde, kann ich da einfach nur zustimmen. Dass Weingebiete natürlich schon eine gewisse Ästhetik haben, der ich mich auch gar nicht entziehen kann. Ja, das ist schon toll. Und um Wein geht es natürlich auch in Freiburg. Wir starten aber nicht mit so einem klassischen Rotwein oder einem Weißwein. Wir starten jetzt tatsächlich mit einem sehr speziellen Getränk. Wir trinken ein Getränk, das es, glaube ich, nur in Freiburg gibt, vor ein paar Jahren erfunden wurde. Und was eine Alternative ist für alle, die sagen, so ein Hugo oder so ein Aperol Spritz oder so ein Limoncello Spritz, den trinke ich gerne mal. Die kalte Sophie. Die kalte Sophie. Da geht Freiburg rein. Das ist so ein geeister Wein. So ein Weinschaum, so ein Weineisschaum. Den gibt es mit Weißwein, Rotwein. Irgendwie abgefahrenes Zeug, gerade für den Sommer. Also die Zunge ist irgendwie so angenehm schneebedeckt. Und gleichzeitig schmeckst du halt so ganz herb und fein die Traube. Also das ist so die Alternative zum Aperol Spritz. Habe ich probiert in der alten Wache. Und jetzt sind wir schon direkt am Markt in Freiburg, in der Altstadt, mittendrin. Und die alte Wache, das ist auch das Haus des Badischen Weines. Da gab es das auf der Terrasse. Die haben so eine schöne Terrasse. Also die ist quasi auf dem Markt mit Aussicht. Du sitzt so wunderbar auf Stühlen, auf dem Kopfsteinpflaster und schaust auf das Freiburger Münster. Also die haben so eine große Kirche, so einen großen Dom des Freiburger Münster. Steht mitten in der Stadt auf diesem tollen historischen Altstadtplatz. Und rund um diesen Ort gibt es jetzt nicht nur diese alte Wache, sondern es gibt so ganz viele. Es gibt Weinstuben, Restaurants. Alle haben ihre Tische draußen. Rund um den Marktplatz das alles. Und jeder findet da ein wunderschönes Plätzchen zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder vierte Mahlzeit. Oder eben halt so ein Kaltgetränk. Also das ist schon, du kommst auf diesen Platz drauf und da geht so auf. Drumherum, musst du dir vorstellen, will ich nur alte, wunderschöne Gebäude hergerichtet. So doppelstöckig, zwei-, dreigeschössig in bunten Farben. Deines Kopfsteinpflaster, dieses rot leuchtende Münster. Der blaue Himmel, die Sonne obendrauf. Du siehst schon den Schwarzwald, du siehst das Grün des Schwarzwaldes. Es ist ein perfekter Platz. Und die Altstadt ist halt so das historische Zentrum, Mitte Münster. Dann hast du noch dieses historische Rathaus, wunderschön. Und du hast eigentlich, wenn du willst, alle Sehenswürdigkeiten da drumherum. Da laufen natürlich auch die meisten Touristen auf. Da laufen am Wochenende auch Touristengruppen und Busse auf. Da sind ja alles keine Geheimtipps. Superschön ist es trotzdem. Wir sind auch gleich drumherum. Da gibt es auch verschiedene Stadtteile. Und die fand ich auch sehr charmant. Und da ist auch nicht so viel los. Da gehen wir nachher auch spazieren. Also es gibt Viere, das ist ein Stadtteil. Das kann man sich schon mal merken. Oder den Stadtteil Stühlinger. Da ist so auch die Technische Uni, eine der großen Unis. Viele Geschäfte und Cafés und sehr gemischt. Und da ist dann Freiburg auch sehr modern. Das Wichtige ist, finde ich, das Wasser der Stadt. Das kommt von der Dreisam. Das ist ein wunderbarer Fluss, der an der Altstadt so vorbei fließt. Beziehungsweise teilweise auch durch die Altstadt fließt. Über die Bächle. Da sind so kleine Kanäle. Mal größer, oft kleiner. Das macht auch die Altstadt so zur Wasserstadt. Und einzigartig. Also du hast überall so diese kleinen Kanäle in der Stadt. Das ist wunderschön. Und neben der Stadt ist dann der Hausberg, der Schlossberg. Und das ist dann auch direkt der Eingang zum Schwarzwald, den ich eben beschrieben habe. Man geht, meine Damen und Herren, einfach ein bisschen weg vom Markt, über eine Holzbrücke in den Schwarzwald rein. Eines der größten Wander- und Waldgebiete Deutschlands. Und da, peng, sitzt Freiburg einfach so dran. Der Schwarzwald ist halt immer ein großer Name. Du weißt, dass ich da ab und an mal dann auch mal mit meinem Dackel Urlaub mache. Der Dackel muss in den Schwarzwald. Und das ist schon einfach ein großer Name. Und das ja auch zu Recht. Und es ist ja auch verdammt großer Wald. Also man hat ja so viele Ecken. Der Schwarzwald ist echt nicht so ein Gestrüpp zwischen zwei Straßen, sondern gewaltig groß. Und dass Freiburg dann halt natürlich dieses schöne Urbane bietet und so eine Pforte dahin, ist natürlich schon super. Und du kannst die Stadt wahrscheinlich, also so wie du das beschreibst, obwohl, nee, eher wie ich das Klischee im Kopf hat, ich übe mich ja in Naivität, wahrscheinlich erlaufen großteils, oder? Ja. Das ist, also die Stadt hat 230.000 Einwohner. Ja, okay. Und gerade so die Altstadt, die Innenstadt, die kann man super erlaufen. Dann hast du natürlich einen perfekten Nahverkehr und Fahrradwege. Also du kannst auch viel mit dem Fahrrad machen. Ist eine Fahrradstadt, Freiburg. Und ja, und es ist schön, in der Innenstadt keine Autos. Also in der Altstadt fast keine Autos. Und deshalb ist es eine super Stadt, um schon in der Stadt zu wandern und zu flanieren. Entschuldigung. War doch nix. Ich habe grünen Tee getrunken. Das sollst du doch nicht. Jetzt spiele ich nochmal nach. Grünen Tee in der grünen Stadt Freiburg. Ich hoffe, ihr seid schon so ein bisschen baff davon. Das waren ja so die ersten Eindrücke, die ich euch versucht habe, so ein bisschen im Kopf zu ballern. Wir gehen jetzt tatsächlich auf diesen Markt. Ich habe nicht auf dem Markt gefrühstückt. Ich habe schon vorher ein kleines Frühstück genommen. Das fällt mir gerade noch ein, das ist auch ganz wichtig. Ich habe Laugenbrötchen gegessen. Und Laugenbrötchen, da muss man ja sagen, je weiter südlicher man in Deutschland ist, desto besser werden die Laugenbrötchen. Ist das so? Weil ich habe das bei den Brezeln, habe ich das ja immer. Und bei den Laugenbrötchen ist es auch so. Das ist ja sehr ähnlich. Eine Brezel und eine Laugenbrötchen vom Teig her. Und die Laugenbrötchen, die schmecken halt oftmals so, ich sage mal nördlich vom Main. Ich mache jetzt mal so eine Grenze und wahrscheinlich trete ich da vielen Bäckerinnen und Bäckern vielleicht auf die Füße. Aber je südlicher man kommt und gerade so in die süddeutschen, südwestdeutschen Gebiete reinkommt, dann gibt man sich Mühe mit Laugenbrötchen. Du brauchst halt diese perfekte Mischung aus Mehl, Wasser, Hefe, Salz. Und dann noch schön Butter rein. Das ist so der Trick. Und dann halt mit Lauge arbeiten. Also das ist ja dann wirklich, das ist aufwendig. Also Laugenbrötchen zu machen ist wirklich aufwendig. Und da in Freiburg gab es fast überall richtig gute, frische Laugenbrötchen. Und da habe ich mir die immer schön reingepfiffen. Oft sind es auch hier in Köln oder in Berlin oder so. Die sind alles gefakte Laugenbrötchen. Die sehen aus wie Laugenbrötchen, sind aber keine. Ah, jetzt wirst du, jetzt wirst du, jetzt wirst du, jetzt wirst du. Jetzt geh ich mal auf, du hast du. Ja, das merke ich schon, da kommt was durch. Die müssen so quietschig sein. Das muss ein perfektes Laugenbrötchen sein. Nicht nur von außen so aussehen, sondern auch sein. So, wisst ihr Bescheid. Das hat aber auf den Tisch gehauen, der Gute. So, die hat aber auf den Tisch gehauen. Ich kenne das in Form der Brezeln. Natürlich sind die ähnlich, aber da habe ich es jetzt öfter auch absolut verstehen. Ich könnte es nicht beschreiben. Obwohl, wie du genau so sagst, manche Brezeln sehen halt so aus wie Brezeln. Aber manche sind es dann halt. Und wenn du dann, so wie du halt von mir aus, weiß nicht, in Jamaika jerk chicken isst und verstehst, was das ist, verstehst du wahrscheinlich in Süddeutschland besser, was damit gemeint ist. Was du jetzt Laugenbrötchen nennst oder ich eine Brezel nenne. Ich bin da bei dir. Also ich kann da theoretisch schon folgen und kann mir gut vorstellen, wie du da jeden Morgen diesem Original verfallen bist. Ja, ich habe jeden Morgen Laugenbrötchen gegessen. Junge, Junge, Junge. Also die Stadt hat ja was mit dir gemacht. Ja, die hat schon was mit dir gemacht. Also wenn ich in Süddeutschland bin, versuche ich so viele Laugenbrötchen, um mich reinzuschauen, wie bloß geht. Jetzt habe ich ein Bild. Ja, okay. Ja, also wenn wir schon beim Thema sind, ob es euch interessiert oder nicht, ich esse Laugenbrötchen sehr, sehr gerne mit Erdnussbutter oder mit Cashewmousse. Ach was. Und dann, ja, jetzt gehe ich auf den Sattel und dann frische Früchte drauf. What? Okay. Da bin ich niemals drauf gekommen. Ja, also mit Früchten drauf. Frische Erdbeeren. Okay. Zum Beispiel. Man kann natürlich auch so eine Erdbeermarmelade drauf machen. Man kann natürlich auch normale Butter drauf machen. Aber ich finde so die Mischung, eine Erdnussbutter und dann frische Früchte drauf. Auf ein Laugenbrötchen. Gibt es das auch, essen das auch andere in Freiburg oder ist dir das wieder so ein Spiel? Nee, das ist die Michael-Dietz-Version. Ja, ich wollte gerade sagen. Da habe ich Patent angemeldet. Ist noch nicht durch, ne? Wenn ihr das irgendwo in New York, in Sydney oder keine Ahnung in Stockholm mal seht auf einer Reise, dann haben die mich nachgemacht. Nein, das ist einfach ein privater Tipp. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, macht ein Foto davon, schickt es uns bei Reisen, Reisen bei Instagram. Ich freue mich da sehr, wenn ich eure Laugenbrötchen-Variationen sehe. Das ist einfach ein zeitloser Klassiker. Bitte schickt mir Bilder. Ich esse das nicht so gern, ich gucke mir das auch gern an. So, ich bin satt. Ich bin eigentlich fertig. Ich bin im Himmel. Ich habe ja über Laugenbrötchen gesprochen und ihr müsstet einfach zuhören. Ja, tschüss. Oder ihr habt gerade schon weitergeklickt oder seid schon im nächsten Podcast. Jetzt gehen wir wirklich auf den Markt. Habe ich ja schon gesagt, autofrei, nachhaltig, grün, naturliebend. Also mit grün meine ich jetzt nicht die Partei, sondern man legt viel Wert auf Natur. Da siehst du sofort, wenn du durch die Stadt gehst. Und die Fußgängerzone ist, glaube ich, die erste oder der ältesten Fußgängerzone Deutschlands. 1972 ist sie schon eröffnet worden. Da haben andere in Deutschland noch so Schneisen durch die Städte gehauen, durch historische Innenstädte in Deutschland, Schneisen geschlagen, um Autobahnen durchzubauen. Da hat man in Freiburg schon gesagt, Fußgänger sollten eigentlich Vorfahrt haben. Und der berühmteste Teil ist die Kajo. Wenn ihr durch Freiburg geht, sagen die Leute immer, ja, wo ist die Kajo? Ich kann es nicht so gut nachmachen, das Baden. Sorry. Ich bin ja Pfälzer. Kajo ist dein geflügeltes Wort. Muss ich auch zweimal nachfragen. Kajo links, Kajo rechts. Was ist bitte Kajo? Kaiser-Josef-Straße ist die Abkürzung. Ah, okay. So, die Kajo. Und darüber bin ich dann von der mir nicht abgebogen. Dann links zum wirklich, wirklich schönen Markt vor dieser historischen Kulisse auf diesem Kopfsteinpflaster. Und Mann, 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 Marktstände. Unterschiedliche, weißt du, ich habe den Markt ja eben beschrieben und das Münster und drumherum stehen halt diese ganzen süßen Marktstände mit den Schirmchen in allen Farben. In Rot, in Grün, in Gelb. Also Ampel-Koalition, das gab bestimmt auch einen schwarzen Schirm. Junge und ältere Menschen stehen da rum. Die haben so ganz süß halt so die Körbchen zum Einkaufen dabei. Du merkst so richtig, die Leute treffen sich, ältere, jüngere Leute treffen sich da, unterhalten sich beim Einkaufen oder trinken schon, machen Frühshoppen, essen eine Wurst. Also das ist wirklich schön. Und wenn du dann davor stehst, man versteht es dann schnell, wenn man vor diesem Münster steht, ist links so, sind so die regionalen Essenssachen und rechts so der Händlermarkt. Da gibt es dann auch so einen Korbflechter und eine Kleinkünstlerin, ne, da gibt es natürlich auch ganz viel Nippes, aber es gibt halt wunderschöne Blumenstände, Pflanzen, also es ist alles so ein perfekter Samstervormittag irgendwie, ne, um sich's gut gehen zu lassen. Und überraschenderweise war ich etwas schärfer auf diese regionale Essensseite, da bin ich direkt abgebogen. Und, ähm, das macht dann wirklich Spaß und die haben halt, ne, also von wirklich so Freiburger Spezialitäten, äh, hab ich gelernt, so die lange rote, ist halt so die Samstag, Samstagvormittagsbratwurst, die man sich so zum Frühshoppen irgendwie gibt. Da war ich am, äh, Brunner Wurststand, es gibt so verschiedene Wurststände, den hab ich dann angelabert, wie man die am besten isst. Und da hab ich gelernt, dass viele Freiburger und Freiburgerinnen ihre Wurst in so einem kleinen Baguettebrötchen mit, ähm, geschmorten Zwiebeln essen. Okay. Ne. Und das war toll, weil diese, diese, ich hab's natürlich dann probiert, und diese saftigen Zwiebeln, die bringen so gleichzeitig so ein bisschen Schärfe und Süße da auf, auf die Wurst und in dieses Brötchen rein. Und ich liebe es, wenn ich so ein kleines bisschen so durchsuppe, ne, und den Teig so einziehe und diesen leichten Zwiebelgeschmack, ähm, aber jetzt wird's so intim. Aber ne, wenn er so süßlich ist, ich bin da voll dabei, wenn er's, ne, das, das karamellisiert ja nicht von alleine, aber wenn man so was tut, tut's das. Und dann wird's, eine Zwiebel ist ja ein fürchterlich, ähm, flexibles Gemüse. Du kannst da ja wahnsinnig viel mitmachen. Es ist so. Es ist so. Ja. Du kannst die Dinge ja sogar ins Feuer werfen und ganz lange verkohlen und dann sind die dann ganz, sind die dann ganz weich und süßlich und so. Du kannst mit, Zwiebeln sind massivst unterschätzt und, äh, bieten ein fantastisches Fundament für Essen und aber auch so, wie du gerade gesagt hast. Ich kann mir das relativ gut vorstellen. Ich hab mir danach noch frisches Obst geholt. Also so ist es nicht. Für die Laugenbrötchen. Ja, die waren ja schon drin, ne. Also die Reihenfolge war Laugenbrötchen bis zum Getno, dann so eine Wurst mit Zwiebeln und dann brauch ich immer was frisches und das ist halt cool da unten in Freiburg, ne. Badische Wassermelonen, Erdbeeren aus der Region, Nektariden, ne. Sonnenstunden, Hügel, Berghänge, Felder, genug Wasser, die haben da alles und du kriegst dann auch alles und die machen daraus alles, ne. Ich hab, ich hab mich an dem einen Stand nur mit Fruchtaufstrichen durchgeschnort, ne. Also ich hab alles probiert, was da gab, ne. Sizilianische Bitterorange, ähm, Erdbeere, alles gemixt in Gelees. Also du willst dich reinsetzen. Und dann, als ich so, so rumprobierte, dachte ich halt irgendwann, Alter, was hab ich alles schon drin? Und der Tag ist nämlich nur zur Hälfte rum. Ich muss diese, ich muss die Kalorien, die muss ich irgendwie, die muss ich in Muskeln umsetzen. Und, und das kann man halt da toll machen, weil das ja das Freiburger Münster ist. Steht seit ein paar hundert Jahren da ganz praktisch da auf diesem Platz, ne. Und, ähm, da kannst du halt hoch in den Turm, ne. So ein gotischer, spätgotischer Stil und ist so das Wahrzeichen der Stadt. Und die haben da 300 Jahre dran gebaut und was halt auch so ein bisschen magisch ist, also Freiburg wurde im Krieg auch, ähm, zum Teil zerbombt, ähm, auch rund um den Markt, aber wie in Köln der Dom ist auch das Münster in Freiburg stehen geblieben. Da ist nichts passiert. Ob das jetzt Zufall oder Absicht war, weiß man nicht. Also für die Freiburger, hab ich so aus den Gesprächen rausgehört, ist das so ein bisschen magisch. Ja, und das, das ist einfach ein tolles Gebäude, da sind draußen so tolle Figuren dran, alte so, das sind so Wasserspeierfiguren an der Fassade, die fand ich irgendwie spannend, die sollen die bösen Geister vertreiben. Innen ist es auch schön, ich war samstags kurz drin, musste einmal wieder raus, weil da so ein Orgelkonzert war, da brauchte man irgendwie Tickets, da haben sie mich wieder rausgeschmissen. Aber ich bin auf dem Turm hoch und das ist dann gut für die Beine, das ist so, da kommt man auch ins Gespräch mit anderen Leuten, war so ein ganz enger Aufstieg. Manchmal musste ich so aneinander vorbeischmiegen. So war es nett ausgedrückt, ja. Ja, das war auch wirklich so, weil du kommst in so Situationen mit Leuten ins Gespräch. Also manchmal musst du so ein bisschen warten, das ist wirklich ein enger Turm, das ist wie ein kleines Abenteuer, also das ist super cool mit Kindern, also Freiburg E, super Familienstadt. Du hast dieses Wasser, die Stadt, du hast solche Abenteuer und das ist dann wirklich so ein Spätgotik, so ein Turm und da musst du so wirklich so ein bisschen hochklettern und dich festhalten und ja, mega. Und du hast dann von oben einen wirklich tollen Ausblick so rund um die Stadt und siehst den Markt von oben, siehst wieder diese kleinen Schirme in all diesen Farben und die Leute sind halt wie so kleine Figürchen und laufen da von links nach rechts und du kriegst halt von da oben halt so dann wirklich so einen Überblick über die Stadt, wie sie so aufgebaut ist, die Altstadt und die Vorstädte, die dann ein bisschen moderner sind und dann guckst du wieder in den Wald rein und siehst die Flüsse. Also das macht auf jeden Fall Sinn, auf diesen Turm hochzugehen, ist die beste Aussicht in der Stadt. Ja, das ist aber wirklich nett. Also erstens rutscht man ja praktisch rein ins Workout, also du hast wahrscheinlich angefangen darüber nachzudenken, dass du dich bewegst, als du schon auf halber Strecke warst, so wie ich dich kenne. So ungefähr. Es ist kühl, finde ich auch im Sommer ganz entscheidend bei Kirchen so, also es ist oft eine Temperatursenkung irgendwie und wenn du dann halt dieses bunte Treiben hast plus die Natur dahinter, dann hast du wirklich alles im Blick. Ja, das ist wirklich nett. Das ist wirklich nett. Und du bekommst halt, wenn du da oben guckst, dann wirklich so eine Idee, dass man ja auch alles rund in dem Markt irgendwie erkunden will. Also da ist viel Altstadt mit sehr unterschiedlichen Ecken und innerhalb der alten Stadtmauer und außerhalb, da liegt dann, das fand ich toll, auch im Nachhinein, das sogenannte Schneckenviertel. Kann ich nur empfehlen. Also da lege ich mich fest, das ist mein Lieblingsstadtteil in Freiburg. Die Stadt verkauft das auch so ein bisschen als Klein-Venedig, weil da so viele kleine Kanäle sind und sogar eine Insel und drumherum fast nur historische Häuser. Da hast du wirklich Bilderbuch, Fachwerk. So diese engen Gärsen und zwischendrin so kleine Plätze mit einem alten Brunnen in der Mitte drumherum, so Bäume, auch wieder viel Grün, Geranien an Fenster, die machen es auch schön. Du merkst auch die kleinen Vorgärten, die Balkone, man legt Wert, dass es irgendwie schön ist. Man legt da Wert drauf, um den Satz zu vervollständigen. Und in diesem Schneckenviertel war früher halt, also im Mittelalter und danach war halt da viel Gewerbe, das mit Wasser halt gearbeitet hat, deshalb halt diese Kanäle. Und gleichzeitig muss es da gestunken haben wie Sau, weil da waren die Gerber. Ja, man kann ja sagen, Gerber, das klingt nach Textil und Gerbereien und so. Genau, das ist ja in vielen, das sieht man ja in vielen so alten Städten, dass die Gerber mussten vor die Tür, vor die Stadtmauer, weil die Leder herstellten. Und das halt, ja, stinkt, genauso wie bei Metzger und bei den Fischern. Da wurde dann auch der Fisch aus den Flüssen oder aus dem Rhein, wurde dann halt da auch gehalten. Jetzt ist es wunderschön da zwischen den Kanälen, sie stinken nicht mehr, sind jetzt wunderschön rausgeputzt und da zum Sitzen und zum Rumlaufen. Das habe ich da anfangs allein gemacht. Dann bin ich in den Hinterhof rein, in ein tolles Geschäft, in einen tollen Laden. Im Blickfang heißt der. Das ist wirklich ein wunderschöner Laden, der macht so nachhaltige, faire Mode für Frauen. Ich habe für mich da jetzt nichts so gefunden an Klamotten, jetzt wegen der Kleidergröße. Ich bin zwei Meter groß, Crewgröße 46, der hat sich jetzt nicht so viel Hochhackige. Aber ich habe, wenn man durch das Geschäft läuft, ich war so neugierig, ist hinten ein wunderschöner Innenhof und da habe ich einen Kaffee gekriegt, in diesem kleinen Hinterhof. Da gab es dann auch so einen Kaffee und da habe ich Ulrike kennengelernt, die ist nämlich die Besitzerin von diesem Laden, Ulrike Steinfels und jetzt kommt der Knaller. Das wurde dann so, hallo gesagt, ja willst du einen Kaffee, was machst du hier, ein bisschen so erzählt, Podcast und so. Und Ulrike wohnt auch in Köln, wo ja das Reisen-Reisen-Headquarter ist. Und von mir hier nur ein paar Straßen weiter. Also sie pendelt zwischen Freiburg und Köln und das verbindet ja schnell. Also wir hatten sofort, wir haben einen Kaffee getrunken, zwei Kaffee getrunken und ich dachte dann, ich muss ja ein bisschen, das ist total nett hier bei dir, aber ich muss ja ein bisschen los, muss ja ein bisschen erkunden, ich will die Stadt sehen. Und da sagte sie, ach komm, hier meine Mitarbeiterin, die machen das, ich komme ein Stündchen mit. Ich zeige dir, ich zeige dir das Schneckenviertel, was natürlich mega war. Bis Meet the Locals, sei mit den Locals unterwegs und Ulrike ist da, habe ich dann gelernt, da im Schneckenviertel da sehr aktiv und das sind halt wirklich dann nur in diesen alten Häusern oder fast nur so kleine inhabergeführte Geschäfte. Und die haben sich so zusammengetan in so einem Verbund und da ist Ulrike ganz vorne mit dabei. Und ja, da hast du so Kunsthandwerk, du hast Boutiquen, Klamotten, zwischendrin Cafés. Also ich wäre da wahrscheinlich gar nicht so drauf gekommen, aber wenn du da mit jemandem unterwegs bist, der halt da lebt, ist es ja immer super. Deshalb kann ich wirklich nur empfehlen, Café au contraire. Und da kommt Jochen Schliemann ins Spiel, dieser schlaue Fuchs. Ja, Freiburg ist in der Nähe von Frankreich. Manchmal merkt man das in der Stadt. Monsieur, oh la la. Sacre bleu. Mon Dieu. Café au contraire. Sehr zu empfehlen. Tagsüber auch abends cool Locations. Inn, ganz modern gemacht. Hat aber auch Plätze dann hinten raus auf die Terrasse. Und die Terrasse ist dann über so einem von diesen kleinen Kanälen. Du guckst dann direkt drauf, da ist dann auch gar keine Straße dazwischen. Auf der anderen Seite des Kanals ist dann wieder so eine Altbauhäuserfront mit einer kleinen Gasse davor und so einer kleinen schattigen Flaniermeile mit noch mehr tollen kleinen Boutiquen. Also da rumzulaufen ist super. Was in dem Moment ganz cool war, als ich da rumgelaufen bin. Ich war da an dem Samstag, war in Freiburg eh eine Menge los. Es war so ein Stadtmauerfest, es war ein Weinfest, es gab so freie Konzerte. Also man könnte ohne irgendwas zu bezahlen, da einen riesen Spaß haben, dieses ganze Wochenende, ohne irgendwie Eintritt bezahlen zu müssen. Also im Sommer ist da wirklich fast in jedem Wochenende, ich habe so auf diesen Veranstaltungskalender geguckt, was da alles los war. Und an dem Tag, an einem Samstag, war auch noch CSD in Freiburg. Und da sind die halt dann auch mit den Wagen durch die Altstadt und das war halt total abgefahren. Du sitzt in diesem coolen Café, guckst aber halt auf so Mittelalterkulisse und dann fährt auf einmal durch so ein Gässchen, sehe ich, fährt halt so ein bunter Wagen vorbei, so ein CSD-Wagen mit der Regenwogenflagge und es lief Gala, dieses Freed from Desire. Kannst du das singen? Nein, ich kann das nicht singen. Kannst du nicht singen? Aber es ist halt so ein Elektro-Dance-Ding aus den späten 90er, Anfang der Nullerjahre, der irgendwie geht so nach vorne, mega laut, riesen Box, schallt durch diese Gasse durch. Und das war halt so schräg. Aber dafür steht halt auch Freiburg. Weil es auf der einen Seite ist es halt, du hast diese Altstadt, du hast diese Geschichte und auf der anderen Seite ist es eine mega junge, offene, tolerante Stadt. Und das finde ich eine mega Kombi. Und die merkst du dann in diesem Schneckenviertel, weil da auch dann viele Leute sind, die da in den letzten Jahren Geschäfte aufgemacht haben, die jetzt überhaupt nicht pifig oder konservativ sind. Und manchmal siehst du die im ersten Moment auch gar nicht. Es gibt so einen Konzeptstore, den ich stark fand, den hat mir Ulrike gezeigt, der heißt Lust auf gut. Und du läufst so, das ist so ein Torbogen von so einem alten Haus und wenn du da durchgehst, ich war total geflasht, das war hinten raus riesig groß, war wie so ein hippes Industrieloft. So, lass mich lügen. 7, 8, 900 Quadratmeter. Und da halt alles voll mit Möbeln, Wohnaccessoires, Zimmerpflanzen, Geschenke, Klamotten, alles mögliche Zeug und alles, das habe ich dann auch gelernt, alles was man sieht, ist käuflich. Also von der Lampe bis zum Regal, wo das andere Zeug drin ist. Du kannst alles kaufen. Wenn du sagst, das finde ich super, dann kannst du es kaufen. Und das war ein super cooles Ding, hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm, null erwartet. Ist auch noch so ein Vietnamese drin und ein Kaffee, also kann ja auch mal regnen. Ist das also Lust auf gut im Schneckenviertel und auch diese ganzen Geschäfte drumherum. Ist wirklich super. Und als ich da mit Ulrike unterwegs war, hatten wir natürlich, wir hatten ja bei ihr Kaffee getrunken und sind dann auch länger da rumgelaufen und es war irgendwie 32 Grad und da kriegt man ja schon mal Durst. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist so. Da kriegt man ja schon mal Durst. Wir haben viel Wasser getrunken und sind dann, hatten nicht so Bock auf noch einen Kaffee oder eins von diesen vielen leckeren Eisdielen, gibt es da auch. Wir sind ja im Süddeutschland und wir sind dann in einem Biergarten gelandet, so zufällig. Rein zufällig, man rutscht da rein. Man rutscht da rein. Und was für ein Biergarten. Also Feierling, Feierling heißt der, beziehungsweise Feierling ist so eine kleine Brauerei da in der Stadt. So eine Freiburger Traditionsbrauerei und die haben da auch ihre Brauerei und auch so einen Gasthof mitten in der Stadt und gegenüber ist der Biergarten. Und stell dir das vor, du kommst da rein, du hast so einen Splittboden, es knirscht so schön, wenn du da läufst, überall sind so Holztische schöne, alte Kastanienbäume, die Schatten spenden und dann läufst du so ein gusseisernes Gitter durch und dann rundherum, du kannst da noch einen Trepp hoch, ist eine Galerie, wo auch nochmal Tische sind. Also auf zwei Ebenen Biergarten, alles nach oben offen und alles beschattet von diesen riesig großen alten Kastanienbäumen. Also das ist wirklich toll, toller Biergarten und da war es dann auch dann angenehm kühl und es war richtig was los. Alle möglichen Leute haben da gesessen. Großer Spaß. Und das Bier war lecker. Also das in der Weinhochburg, in der Weinregion Hut ab irgendwie. Also was ich so als Norddeutscher in Süddeutschland immer so dann, oder was bei mir zumindest so war, wenn ich solche Etablissements wie Biergärten oder so besucht habe ist, oder halt sagen wir eher so kleinere Brauereien, die haben meistens auch ein bisschen was zu essen. Sie bauen ja immer so eine Gastwirtschaft dann drumherum auf und das war immer bestechend gut. Ich erinnere mich da an Abende und Tage in Franken tatsächlich oder es war auch, das ist jetzt nicht Deutschland, aber Salzburg, das war immer, das Essen war auch gut. Also man kann da so wunderschön durch den Tag gleiten und dann denkst du, ach ich brauche schon mal was und dann was du dann kaufst, ist halt eben nicht Fastfood oder so, sondern du hast halt oft wirklich dann auch noch vernünftiges Essen, das regionalen Anstrich hat. Und das hast du da halt auch in Freiburg. Also in dem Biergarten habe ich nichts gegessen, aber es gibt dem Gasthof gegenüber, gibt es Essen. Und ich habe auf dem Markt halt alles mögliche probiert und die haben halt alles da. Und das ist, wie gesagt, es ist Baden-Württemberg, da ist, klar kannst du da auch mal, gibt es da auch schlechtes Essen oder gibt es auch irgendwie so einen Soßenwirt, der gerade mit Fertigsaußen kocht und bei unserer Pfalz hieß das immer Päcksches esse, weil der nicht selbst kocht, sondern nur irgendwelches Zeug, Industriezeug zusammenschüttet. Aber du hast in ganz vielen Restaurants und Lokalen richtig leckeres, gutes Essen und auch jetzt nicht nur so bodenständiges Fleischessen, sondern es ist eine junge, moderne Stadt. Also es ist eine Studentenstadt, es ist eine der jüngsten Städte Deutschlands, also vom Altersdurchschnitt. Deshalb ist ja auch so an Festen und Konzerten, wie ich eben gesagt habe, viel los. Und du hast halt nicht nur Schnitzelplätze, sondern es gibt viel Vegetarisches, Veganes, regional, saisonal, Gemüse. Also das ist wirklich toll und macht richtig Spaß, also kulinarisch. Ob jetzt Essen und Trinken, ganz weit vorne, die Ecke. Ich will mit Reisen reisen, wieder auf die Bühne, Michi. Ich habe so Bock, die Tour war mega, die letzte, die wir gemacht haben. Jetzt kommen Shows in Essen und in Köln, in NRW. Und das sind besondere Orte und besonderes Programm, was wir dort machen werden. Ich bin heiß wie Frittenfeld. Ja, will, will, will. Da schliegt man will, will, will. Und dann immer Mittelpunkt, Mittelpunkt, Mittelpunkt. Schön auf die Bühne oben und hier was erzählen. Du musst wieder zurückstecken. Ich weiß, ihr merkt schon, das wird richtig harmonisch. Dann hat er wieder seine Schuhe an, seine komischen hier aus dem Darknet und so. Und ich muss das wieder erklären. Und dann muss ich ihn wieder, weil er am Schluss dann so fertig ist, weil er sie verausgabt hat, muss ich ihn wieder von der Bühne tragen und dann will er Stage Diving machen. Und ihr sagt zu Recht, Alter, was soll ich mit dem alten Mann in meinen Armen? Und geht zur Seite und dann müssen wir wieder in ein Krankenhaus. Und es ist halt ein ganz normaler Tourabend. Und die könnt ihr erleben. Und zweimal im Oktober, meine Damen und Herren. Wir haben zwei Termine. Einmal, es ist der 25.10. in Essen in der Weststadthalle im Ruhrgebiet. Wir freuen uns sehr aufs Ruhrgebiet. Und dann einen Tag später, am 26.10. sind wir in Köln in der Kulturkirche in Nippes. Und auch das wird ein Abend sein, wo Jochen Schliemann sich verausgabt und ich wieder gucken muss, dass er heile wieder nach Hause kommt danach. Scheitern live auf der Bühne und wer sich fragt, warum soll ich mir das angucken? Wir sagen, wir wissen es auch nicht. Wir werden aber wahrscheinlich vorhanden sein. Ich bin körperlich anwesend. Von daher, wirklich, das Schönste, was ich mir als Reisender vorstellen könnte, nämlich sehr viel Geschichten, sehr viel Fernweh, aber im schönen Sinne Reisephilosophie und ganz viele Menschen, die so sind wie wir und wie ihr und vielleicht auch noch ein bisschen Spaß. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr da seid. Wir werden zugegen sein. Kommt alle, Karten gibt es überall, wo es auch sonst für alles andere Karten gibt. Und Infos wie immer bei uns auf dem Blog oder schaut bei Instagram vorbei. So, wir sehen uns. Tschüss. Bis bald. Und das merkst du halt dann und das ist ja auch Teil der Stimmung da. Also du hast zum Beispiel da im Schneckenviertel, da gibt es den Augustinerplatz. Da war ich dann abends, Sommerabend, herrlich. Dann stehen die Leute, die stehen da oder sitzen rum in Gruppen und du hast eine super Atmosphäre und die Leute halten die Füße in diese Bächle, also diese Freiburger Bächle. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen. Da sind so kleine, diese kleinen offenen Wasserläufe. Die ziehen sich so wie so Adern durch die Straßen, durch die Altstadt. Und die gehören auch, die sind halt sehr, sehr speziell. Die gibt es da, gibt es fast nur da. Und die kommen so aus dem 13. Jahrhundert. Also der ursprüngliche Zweck war Feuerlöschwasser und Frischwasser. Also war ja alles aus Holz und wir wissen ja, wenn es da einmal gebrannt hat, es gab ja nur nicht die 112, die man anrufen konnte. Also im 13. Jahrhundert gab es noch kein Festnetz. Das kam ein paar Jahre später. Und da waren die halt schlau. Die haben diese Dreisamen genommen, diesen Fluss, und haben dann quasi über die Kanäle das durch die Stadt treiben lassen, was ja alles besser gemacht hat. Du hast Feuerlöschwasser gehabt, du hast das Frischwasser, es war sauberer. Das ist eine Wasserstadt. Und Wasser hatten die immer durch den Schwarzwald und die Hügel da drumherum genug. Und die Stadt hat bis heute noch, also diese Bächle sind halt, Wahrzeichen halt, und die haben vier festangestellte Bächleputzer. Also die haben vier Leute, die diese Bächle da putzen. Und das ist natürlich super, wenn du da im Sommer da auf so einem Platz sitzt abends, hast eh irgendwie, keine Ahnung, Flipflops an oder auf eine Schuhsandalen oder sonst was. Und hast halt ein Kalkgedräng in der Hand und die Füße da im Wasser. Und das machen auch viele Leute, die treffen sich da. Und also das mochte ich wirklich. Also diese Abendatmosphäre, du holst dir einen Kaffee, irgendwie einen Cocktail oder ein Wasser oder ein Limo und setzt sich da zusammen hin und kommst ins Gespräch. Da wird dann geplaudert, geflirtet. Super. Und dann merkst du halt auch so gerade abends, wie jung diese Stadt ist. Und diese Mischung aus alten Jungen macht das faszinierend. Noch ein Tipp für dich, Jochen, wenn du da mal bist in Freiburg. Nicht reinfallen in die Bächle. Mal so reintreten oder so ist okay. Aber wenn du reinfällst, so heißt es, musst du einen Freiburger oder eine Freiburgerin heiraten. Ungeschriebenes Gesetz. Das heißt, du hast ja das größte Potenzial von den Leuten, die im Moment diesen Podcast machen, dort reinzufallen. Also von uns beiden, da gibt es ja gar keine Widerrede. Nö. Nö. Und deshalb sage ich es vor allem dir, wenn du reinfällst, musst du halt da unten jemand ähnlich. Okay, ja. Ja, ja, okay. Also sonst wäre ich natürlich sofort gesprungen. Ja, also springen, wenn du selbst springst, ist völlig okay. Wenn du auch so sehen reinfällst. Ja, dann verkaufe ich das als Sprung. Das ist ja dann, wenn du stolz warst, musst du ja nur so tun, als sei es Absicht. Wobei bei dir wahrscheinlich ein Sprung wie Fallen aussieht. Ja, man kann es sehen, wie man will. Ja, auf jeden Fall würde ich immer so, wir hinfallen und dann schnell noch Liegestütz machen. Das war alles Absicht. Ja. Okay, ich denke mir eine Taktik aus. Alles klar. Ja, aber du hast eine große Auswahl, sehr viele schöne Menschen da, Männer wie Frauen. Also das war ein netter Abend. Und da war natürlich am Wochenende, war da jetzt viel los, gerade so im Sommer und gerade, weil natürlich auch die Feste war. Aber ich mochte das. Das war so, man treibt so, man wird auch so ein bisschen durch diese Stadt geschoben. Und da spielt eine Band und da ist was los und da trifft man jemand. Das ist toll. Und das Schöne ist, und dabei bleibt es nicht. Du hast diese Altstadt, wo wir jetzt eigentlich schon die ganze Zeit waren, du hast noch so viel drumherum. Also diese ganzen Stadtteile. Ich habe mich dann, nach dem Wochenende, oder nach dem Samstag, habe ich mich dann für den Stadtteil Viere entschieden. Viere? Viere. Plus Wanderung ins Grüne. Ich habe so auf der Karte geguckt und gesagt, ich will mal das nutzen, dass man in Freiburg eigentlich von der Stadt rauslaufen, spazieren kann, ins Grüne rein. Zur Dreisamen und habe mich dann über den Stadtteil Viere entschieden, hatte ich einen Tipp von Ulrike, die sagt, da gibt es so einen Platz, wenn du Ruhe willst, den kennen die meisten nicht. Wenn du es mir verrätst, dann verrate ich es aber vielleicht weiter. Und da hat sie gesagt, das ist schon okay. Und genau, deshalb bin ich durch Viere durchgelaufen. Und das war toll, weil der Plan war, Viere, Grün und dann an die Dreisamen, an den Fluss. Dreisamen, wenn ihr Fußballfans seid, dann habt ihr das schon mal gehört, das Dreisamen-Stadion. SC Freiburg, Bundesliga. Ja, das heißt so, das war mir tatsächlich gar nicht so klar. Und da in der Ecke, zumindest Trainingsgelände und Trainingsplätze, SC Freiburg, da wollte ich auch vorbeilaufen. Und das war dann mit der Dreisamen, das war dann, wo plötzlich alle nackt sind, da komme ich gleich zu. So, erstmal rein in den Stadtteil Viere und da geht es schon mal über die Dreisamen, das ist aber dann mitten in der Stadt, wunderschön. Da fällt der Fluss in so Kaskaden so runter, in so kleinen Wasserfällen. Das macht so ein tolles Geräusch. Es war Sonntagmorgen, ganz früh. Es war Sommer, es war nicht viel los. Dieses Wasser rauscht. Und ich kenne mir dann am Annaplatz den ersten Café. Der Annaplatz ist wirklich wunderschön, eine verträumte Oase. Da möchte man leben, man möchte da wohnen. So ein kleiner Spielplatz, ein Brunnen, Bänke im Schatten. An allen Bäumen stehen Fahrräder, Freiburg wieder, Fahrradstadt. Die haben, glaube ich, lass mich lügen, 400 Kilometer Radwege rund um die Stadt, wie gesagt, naturverbunden. Und dann, das merkst du dann auch in Viere, Richtung Bahnhof Viere bin ich gelaufen. Tolles Viertel, schöne, alte Häuser, so alte Villen, aber jetzt nicht so Luxusvillen. So abgeschottete Villen, so eher so alte, bürgerliche, tolle Häuser. Manche auch so ein bisschen runtergekommen, abgerockt. Die kommen hier, finde ich, natürlich auch immer super. Wenn so ein altes Haus dann so ein bisschen maroden Charme hat, dazu dann tolle Garten. Die Leute haben, glaube ich, da Spaß an Blumenbeeten und bauen ihr Gemüse an. Das ist toll. Und dann kommst du, läufst du durch diese wunderschönen Straßen mit diesen Häusern, diesen alten Bäumen, kommst zum Bahnhof, da ist der nächste süße Biergarten, direkt am Bahnhof, so ein süßer Biergarten. Und hinterm Bahnhof geht direkt der Wald los. Also da bin ich irgendwie eine Viertelstunde gelaufen und war wirklich im Grün. Waldwege, verschiedene Wanderwege, du kommst an so einem Wasserberg vorbei. Das ist ein kleines Schloss oder als Schloss gebaut. Also es ist nicht hässlich, sondern einfach, du denkst so, ist das eine Burg, ist das ein Schloss? Nee, ist ein Wasserberg. Okay. Die wollen es dann auch im Wald schön haben. Und dann bin ich da so ein bisschen marschiert und hatte nur so einen kleinen Rucksack dabei, ein bisschen Wasser und laufe durch diesen kühlen Schatten. Es war wirklich, wirklich heiß an einem Tag, an einem Sonntag. Und die Vögel haben da Gas gegeben. Es hat gezwitschert und es war wunderschön. Und ich kam so runter und war so, war fast allein. So ab und zu kam jemand vorbei und man grüßt sich und sagt guten Morgen, guten Tag. Und dann hörte ich auf einmal Musik und dachte, es kann ja immer sein, dass es nur in meinem Kopf ist. Es kann ja sein. Ich habe erstmal gecheckt, nein, ich hatte keine Kopfhörer drin. Dann habe ich gemerkt, ich bin völlig klar, es ist nicht in meinem Kopf, irgendwoher kommt Musik. Ich stehe mitten im Wald und irgendwoher kommt Musik. Und zwar so, irgendwann habe ich erkannt, okay, da ist so Jazzmusik, so swingy, passte so in diese Sonntag-Morgen-Stimmung. Und sie wurde immer lauter, immer lauter. Und dann stand irgend so ein Schild, Waldsee. Und dann kommst du da an und dann ist da tatsächlich mitten im Wald ein See. An dem See ist so ein Gutshof mit einer Außenterrasse. Und da sitzen Leute, da hatte ich so ein bisschen Gefühl, haben sie ein bisschen schicker gemacht. Hatten alle so Hüte auf, wallene Kleider, aber jetzt nicht so zu schick. Es war jetzt kein, sondern alles war irgendwie so Sonntag und da war so eine Jazz-Martiné am See. Da war so, nicht direkt auf der Terrasse, diese Band spielte auf der anderen Seite vom See. Das ist ja kein Riesensee, sondern so ein kleiner See. Und spielte über diesen See drüber für die Leute und für uns Wanderer im Wald. Ah, echt? Ja, das war toll. Geiler Bühngraben, okay. Und da kann man da auf diesen Landgashof, hätte man Mittagessen können. Ich hatte aber anderes im Sinn, weil ich bin einfach zur Musik dann so ein bisschen stehen geblieben, habe geguckt und bin dann weitergelaufen. Ich wollte zum Biosk, weil ich war ja wandern und ich dachte, ich will es ein bisschen bodenständiger halten. Und Biosk habe ich dann in der Vorrecherche ein bisschen gefunden. Ich fand es irgendwie cool. Ist so ein Kiosk, aber mit Bio-Kuchen, leckeren Limos. Da treffen sich so Hiker und Biker an einem schönen Plätzchen irgendwie. Es ist eine nette Atmosphäre. Da habe ich gesessen und habe so ein Quiche gegessen. So eine Zwiebelquiche wieder. Ich war ein bisschen auf Zwiebeln. Guck an. Die war, wie hast du Zwiebeln genannt? Das ist, wie hast du das Gemüse genannt? Das flexibelste Gemüse überhaupt? Ich weiß es nicht. Das war gut. Der ist auf jeden Fall ein Knaller. Auf jeden Fall ein Knaller. Chameleon. Genau. Genau. Und da habe ich so Rast gemacht. Der Bios kann ich nur empfehlen. Und dann bin ich tatsächlich am Trainingsgelände vom SC Freiburg vorbei und war dann bei der Dreiser. Und das ist dann auch wieder der Fluss an der Stelle. In der Stadt ist er so ein bisschen geführt und durch die Stadt. Und dann draußen ist es halt Naturparadies. Du hast den Fluss. Der ist nicht tief. Du hast Bäume. Du hast Trauerbein. So ein Flussbett niedrig mit Steinen. Da ragen Felsen raus. Und dann sonnen sich die Leute am Ufer auf dem Stein. Manche liegen einfach so im Wasser, weil du kannst dich einfach in den Fluss so reinlegen. Weil er nicht hoch ist. Und dann bin ich so gelaufen, habe so in die Natur geguckt. Und dann dachte ich so, jetzt sehe ich aber, jetzt sehe ich nicht nur, sehe ja auch menschliche Natur. Also erst sah ich so freie Oberkörper. Und dann sah ich halt immer mehr nackte Leute. Und das ist ja so, wenn du so, keine Ahnung, je nach Region und Ecke in Deutschland, wenn du aus Regionen kommst, so viel FKK ist oder Strände und so, dann ist die Nacktheit vielleicht nicht so überraschend, weil es Normalität ist. Ich hatte damit erst mal gar nicht gedacht. Und sehe halt sehr viele junge, schöne Menschen, aber auch ältere Menschen, halt einfach so nackt auf einmal durch so einen Fluss baden und sich sonnen. Dann habe ich so, okay. Aber es war dann schön. Also es war völlig, da sitzt ja auch niemand, da ist auch keiner, der spannt. Also es ist völlig entspannt. Also es ist völlig, ich fand das da natürlich auch cool. Also es war dann, ja, es war halt aber der Moment, da stehst du halt da, ich hatte so eine Mütze auf, wegen der Sonne, Sonnenbrille, Hemd, Rucksack, irgendwie Wanderschuhe und so und die anderen so um mich herum. So, okay, ich bin der, der anders ist. Ja, da musst du, da hast du aber nachgelegt, oder? Da habe ich nachgelegt, da habe ich nachgelegt. Ich bin zumindest, ich hatte die Hose noch an und bin einmal mit den Füßen durch Wasser, habe einmal abgelegt alles. Ich hatte die Hose noch an und weil das ja nicht so tief war, habe ich gesagt, ich lasse die kurze Hose an, ich erschrecke die anderen nicht. Und bin da halt auch, es ist wunderschön da. Also das ist wirklich so nah an uns gebildet und es ist fast in der Stadt. Also wie weit bist du denn jetzt, du hattest ja so ein paar Stationen da drin, aber wie weit bist du denn jetzt gelaufen von dem Viertel? Ach so zwei, drei Stündchen insgesamt. Ja, okay. So quasi ein Rundweg war ich da unterwegs. Also wirklich gemütlich und habe ja überall da mal angehalten, habe da mal gegessen. Also das war wirklich wie so einen gemütlichen halben Tag, bin ich da rumgelaufen. Und das war toll, da kannst du auch, du kannst den ganzen Tag da verbringen. Also du kannst noch Wanderwege, du kannst noch tiefer rein. Und ja, oder du kannst von Freiburg aus, was ich am Anfang sagte, du kannst einfach diese ganzen Orte auch drumherum, diese Dörfer, da ist der Kaiserstuhl. Da hast du alle möglichen Hügel, du kannst an den Rhein fahren, du kannst nach Frankreich überfahren. Also Freiburg ist halt perfekt, da kannst du eine Woche zwei Urlaub machen mit diesen Ausflügen. Der Bodensee ist dann auch nicht weit, Drei-Länder-Eck da unten. Also das ist schon der Preisgau mit Freiburg als Zentrum und drumherum der Preisgau und alles. Das ist schon, wenn ich mir das vorstelle, auch so, wenn du gern Fahrrad fährst, wandern, du kannst so viel machen. Also es ist wirklich eine großartige Urlaubsregion für alle. Also das schließt niemanden aus. Selbst ein Wochenende Freiburg für Leute, die sagen, ich will ein Nachtleben haben, ich will Leute kennenlernen mit die jüngste Stadt Deutschland, Studentenstadt, gibt es alles. Also es gibt auch Clubs, es gibt aber halt auch wirklich ganz bodenständiges Wandern. Familienausflüge, Pferdehöfe, also Ponyreiten. Also es ist wirklich alles da, plus du kannst dich auch einfach nackt an den Fluss setzen, zehn Minuten von der Altstadt. Und wenn du Hunger oder Durst hast, ziehst du dich halt wieder an, so als Tipp. Okay, ja, habe ich aufgeschrieben, ja. Ich sage das auch für dich, Hose wieder an und dann gehst du halt wieder richtig gut was essen. Oder nimmst dir eine Ferienwohnung und kaufst auf dem Markt ein. Also das ist wirklich, also das ist wirklich eine tolle Stadt und es ist wirklich viel los. Und ja, und du hast, was ich zum Schluss noch oder gegen Ende noch auf jeden Fall empfehlen möchte, du hast halt unten dieses Freiburg und du hast halt auch wirklich diesen Schwarzwald da oben. Also du hast in Freiburg noch so ein bisschen am Schwarzwald dran. Man kommt, wenn man von der Dreisamen da, wo ich laufe, also quasi aus dem Osten wieder in die Stadt rein. Ich habe so einen Bogen gemacht, ich bin im Süden der Stadt gelaufen, in der Wehre und dann Richtung Osten und dann mache ich so einen Bogen zurück und laufe quasi die Dreisamen entlang wieder in die Altstadt rein. Und da ist das Schwabentor, so heißt das. Und wir sind ja in Baden und das Schwabentor, es zeigt Richtung, Richtung Schwaben, Richtung Schwarzwald. Und da ragt dann so dieser grün bewaltete Schlossberg empor. Auch noch so ein absolutes Highlight von Freiburg, so der Hausberg von Freiburg, den man von überall eigentlich auch sieht und der auch wieder voll ist mit Wanderwegen über die Hänge. Da kriegst du so richtig Schwarzwald-Feeling. Und das wirklich mitten in der Stadt. Und dann kannst du halt so in diese Ferne gucken von da oben. Also da hast du dann Schwarzwald, Rheintal, Vogesen, wunderschön. Vor allem dann am Abend Sonnenuntergang gucken. Sonnenaufgang habe ich jetzt nicht geschafft, weil da war ich morgens woanders unterwegs. Am Laugenbuffet dann. Da war ich am Laugenbuffet. Da habe ich mir 18 Laugenbrötchen mit Erdnisbude reingepumpt. Da konnte ich nicht. Da hatte ich keine Augen mehr für die Sonne. Aber du sagst, Vogesen ist Frankreich, oder? Vogesen ist Frankreich. Das siehst du dann von da. Ja, aber die Vogesen, wenn ich jetzt mal kurz überlege, weil du mit so geografischen Fangfragen kommst. Ich meine, ich habe da für den Urlaub mal recherchiert und das meiste ist, glaube ich, tatsächlich Frankreich. Der Großteil der Vogesen liegt auf jeden Fall in Frankreich. Aber ich glaube, dass die Ausläufer der Vogesen, die gehen dann so, das ist so das Hügelland vor Freiburg. Das heißt dann nur nicht mehr Vogesen. Ich glaube, das ist dann, also wenn ihr jetzt zu Hause Geografie studiert habt, also anders als Jochen, dann war das auch wirklich an der Uni und wisst Bescheid. Und ich wollte jetzt nicht googeln, aber die Vogesen sind drüben in Frankreich, großes Gebiet. Und ich glaube, die Ausläufer, die gehen bis rüber in Breisgau. Ja, es ist einfach so. Also ich habe das damals immer unter Frankreich verbucht. Ich sehe auch einfach, Kolmar ist ja auch nicht weit weg. Und das sieht ja definitiv. Ja, Mühlhaus, Kolmar, also dieses ganze Eck, wo ich sage, also quartiert euch ein in Freiburg und wenn ihr Bock habt von da, macht Ausflüge. Selbst Basel ist ja nah. Ja, also das ist wirklich so ein Eck unten, wo man wirklich extremst viel drumherum machen kann. Oder man bleibt halt einfach in der Stadt. Also da ist auch genug zu tun. Und weil du halt, wie gesagt, du hast da oben diesen Berg, diesen Schlossberg und du kannst da ganz zu Fuß hoch, da gibt es natürlich auch eine Schlossbergbahn und es gibt so, das ist so ein Schrägaufzug auf Schienen. Da kannst du dann vom Stadtgarten unten, das war ganz cool. Im Stadtgarten war an dem Abend auch so ein, das war ganz geil, fällt mir gerade ein. Da war so ein Konzert, da gibt es so in dem Stadtgarten so eine Oldschool-Konzertmuschel. Und da war so eine, wie heißt die Musik denn? Also es war so, das war so Melodic Rock, aber ohne Gesang. Wie heißt das nochmal? Post-Rock? Post-Rock kann auch mit Gesang sein, ja, also weiß ich nicht. Aber das war halt so 70er Jahre Rock mit Synthies und Wasser immer sehr melodisch. Und da waren auch viele, und dafür steht dann der Breisgau und Baden-Württemberg ja auch oft. Es waren so, man hat so das Gefühl gehabt, da waren so viele Ausdruckstänzer auf der Bühne. Nicht auf der Bühne, sondern auf der Wiese. Weißt du, also die Leute saßen gemütlich auf der Wiese, da wurde halt in der einen oder anderen Ecke auch gekifft. Aber es waren halt auch so ältere Leute, also noch älter als wir, die halt dann zu der Musik halt wirklich so Schamanentänze gemacht haben. Also, das ist da schon ein Thema, so Spiritualität. Ich sage das völlig wertfrei. Ja, aber was für ein Spektrum, ey. Du hast halt eine Stadt, die Jahrhunderte alt ist. Normalerweise würdest du da, du hast es jetzt ja auch ein paar Mal schon gesagt, aber das ist so, das hat mich so ein bisschen gekriegt. Es könnte auch gut passiert sein im Laufe der Geschichte, dass es eine total konservative Stadt ist, so wie sie halt liegt, wie sie halt geküsst ist. Die Züge hat sie auch, aber nicht nur. Ich glaube, da ist halt, da ist eine Reibung in der Stadt, glaube ich. Nein, du hast halt, wie du sagst, viele junge Menschen, das bringt dann ja halt in diese alten Gemäuer, die ja unbestritten schön sind, dann auch nochmal einen frischen Winter, wird ja kulinarisch auch nochmal ein bisschen, also das ist ja das Schöne, wie du sagtest, in Süddeutschland nehme ich es auch so wahr, dass dann oft auch selbst die, soll ich sagen, konservativen, die klassischsten Gerichte auch einfach mit Finesse gemacht sind und mit Würde so. Also da wird ja sehr viel Wert auf kulinarisches Krieg, aber da wird es ja auch neue Gedanken geben. Also in so einer Stadt, da werden ja Leute auch Gedanken mit den jungen Menschen, ich meine, wer sonst, ne? Also wenn man dann im Aufbruch ist und Ideen hat, denkt man, das kann alles nicht so weitergehen. Da hat man meistens Ideen und die drückt man dann durch und dann gibt es, genau, wie du sagst, Reibung und da passieren halt Sachen, die spannend sind. Und dazwischen steht halt einer mit einer Klangschale und tanzt halt zu Post-Rock. Und den Namen tanzen, Alter, das ist doch gut. Genau, gibt es da auch. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Es war einfach schön und friedlich, ne? Es hatte so was Hippieskes. Das war toll irgendwie und habe mich auch noch kurz dazugesetzt und bin dann aber hoch, weil ich wollte ja den Sonnenuntergang von da oben, von dem Schlossberg gucken. Und deshalb der Tipp, die Bahn fährt nicht immer. Ich wollte eigentlich wieder Bahn hoch, ich bin ja schon so viel gelaufen am Tag. Und dann kam ich aber nochmal in die Gänge, zweite Luft, weil ich wollte ja zum Sonnenuntergang da oben sein. Da hast du ja mal 23 Laugenbrüchen geklingt und dann ging es wie von alleine, ne? Ja, nee, ohne. Ich bin an die Reserven gegangen, an die Muskelreserven gegangen und bin da in einem sehr flotten Gang hoch. Und das ging auch, das ist jetzt nicht super hoch. Und dann kommt man da oben zum Kanonenplatz, heißt er, schönster Blick auf die Stadt. So ein bisschen eine Konkurrenz zum Münster. Und da sind überall, da stehen natürlich Bänke, das ist alles toll angelegt und durchdacht. Und das macht man schon sehr lange da und das ist auch cool. Und die Locals treffen sich und gleich nebenan, und das fand ich dann super. Und ich habe es auch geschafft, war ich genau so ein paar Minuten vor Sonnenuntergang, war ich im Kastaniengarten, Biergarten, wahrscheinlich der höchste der Stadt. Und habe dort halt über die Stadt geguckt. Und es ist dann, wenn du so eine Stadt hast, die eher so bunt ist, mittelalter Stadt ist, und da geht nochmal die Sonne dann durch, ne? Und das ist dann so hoch, dann doch so steil, dass man auch das Gefühl hat, man könnte das Münster so anfassen, ne? Weißt du, manchmal hat man ja so einen Blick. Und da oben gibt es dann ganz bodenstellig, gab es Pommes und Flammkuchen, aber auch lecker. Und da habe ich dann auch wieder Leute getroffen, die Reisen, Reisen kennen. Das war witzig. Echt? Ja, ja. Das passiert in den letzten Monaten und letzten ein, zwei Jahren ja immer öfter, dass wir euch da draußen treffen. Sprecht uns gerne an, wir freuen uns ja immer wie kleine Kinder. Aber du hattest jetzt nicht noch dein Schamanen-Gewand an oder warst nackt oder so, sondern das ging, ne? Nee, das hatte ich alles hinter mir. Also ich hatte wieder eine Hose an, ich habe den Traumfänger-Ohrring abgelegt und bin in meinen Wanders, in meinen zünftigen Wanders-Sachen, also ich weiß ja, ich trage ja auch zum Mann da normale Klamotten, ich habe ja keine, also ich falle jetzt nicht so auf im Safari-Anzug, der durch eine Stadt läuft. Mit so einem Mückennetz durch Freiburg. Mit so elektrischen Mückenkillern. Genau. Das wäre angebracht. Genau, und Bergträgern und Anträgerinnen wie am K2. Esel dabei. Genau, alles so. Nein, da bin ich ja sehr zurückhaltend, weil ich ja finde, in einer Baumwollhose oder in einer kurzen Baumwollhose kann man genauso gut wandern wie in so einem Hightech-Ding, wo man vielleicht auch auf dem Himalaya irgendwie auf dem Mount Everest hochkam. Ja, und da habt ihr Leute getroffen auch, das war wieder toll. Deshalb, wenn ihr uns irgendwo trefft oder seht, sagt Hallo und wir freuen uns sehr sehr. Das passiert immer öfter, hör mal, wir haben in Australien, mitten im Northern Territory, haben wir auch Leute getroffen. Da waren wir in so einem Kakadu-Nationalpark und auf einmal stand ein ganz lieb, also ein liebes Pärchen, auf jeden Fall der Kollege, der Mann, hat er mich so angegrinst. Ich so, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Weißt du, so irgendwie vergessen, Hose anzuziehen. Du hast ja sofort ein schlechtes Gewissen zurecht. Ich dachte so, ich wollte mich schon irgendwie so Hände übereinander schlagen, fühlen sie mich ab. Und dann war irgendwann klar, der kannte mich. Und dann habe ich natürlich noch mehr Angst gekriegt. Aber dann war klar, halt durch den Podcast, und dann war es sehr nett. Ja, das ist ja das Tolle, was wir immer wieder feststellen und jetzt auch auf der Tour wieder feststellen. Deshalb macht es total Spaß, irgendwie bei euch, mit euch zu sein und dann auch nach den Auftritten zu plaudern und eure Geschichten zu hören. Und ihr habt ja auch dann manchmal so eine eigene Perspektive, nicht manchmal, meistens eine eigene Perspektive. Und da kommen wir zusammen und ja, spannend. Und da oben in diesem Biergarten habe ich wieder zwei von euch getroffen und mit denen ein bisschen geplaudert und habe einen Radler getrunken da oben, Sonnenuntergang geguckt, ein fantastischer Sonntagabend in Freiburg im Reisgau. Und ja, als Fazit möchte ich wirklich sagen, was ihr am Anfang gesagt habt, ich war sehr überrascht. Ich kannte Freiburg, ich komme ja aus der Südpfalz. Da war man öfter mal, da waren wir auch mal auf Konzerten und so. Das war nicht so weit von mir. Ich war aber jahrelang nicht da und hatte es einfach so nicht mehr so in Erinnerung. Und bin wirklich geflasht, kann noch zwei, drei Tipps geben, mit denen ich euch entlassen will, was es in Freiburg auch gibt, so an Besonderheiten, was ich oft gehört habe, das Loreto-Bad, kurz das Lollo, das im Fuß des Loreto-Berges, das ist in Viere und das ist ein reines Frauenschwimmbad. Ich komme da drauf nicht, ich war ja nicht drin, ich konnte es ja nicht sehen, aber mit jeder Frau, die ich in Freiburg gesprochen habe, oder eine Freiburgerin, die da lebt, jeder hat dieses Bad empfohlen. Also für euch Reisende, für euch Frauen, die unterwegs sind, es wäre ein Traum und alle haben gesagt, dass man ist unter sich, ohne Typen. Also das kann ich dann nur, ich kann es nicht direkt empfehlen, aber jede Frau hat davon geschwärmt, vom Lollo, dem Loreto-Bad. Das muss ein schönes Freibad sein. Und ja, sind keine Typen da. Das kann ja auch mal schön sein. Und dann das Sedan-Viertel, das habe ich am Anfang gesagt, das Studenten-Viertel, das alternative Viertel. Toll. Wie gesagt, es riecht ja manchmal ein bisschen nach Gras, aber das ist, das habe ich das Gefühl, wird eh immer mehr in Deutschland. Und es ist so ein alternatives Viertel mit tollen kleinen Restaurants, mit Kneipen und Bars, die auch abends sehr, sehr originell sind. Und da treffen sich dann auch wieder viele Studenten und da wird es auch lauter und macht Spaß. Ein Restaurant, was so ein bisschen, also ich war in Weinstuben essen, es war, ich kann nichts Schlechtes sagen. Also ich habe überall gut gegessen. Ich möchte noch eins hervorheben, ein Restaurant, weil da die Mischung so spannend war. Und das habe ich auch ein bisschen für dich mit rausgesucht. Das ist das Kurumori und da trifft es Schwarzwald auf Japan. Okay. In mega spannenden Kombinationen, in mega Crossover-Experimenten. Ne, also Schwarzwälder Kirsch auf Japanisch. Hast du das gegessen? Das habe ich gegessen. Und es war wild und es war Disco im Mund. Und solche Sachen muss man einfach probieren. Also es war wirklich tolles Essen. Best of both worlds. Ganz leicht. Die haben eine mega Weinkarte, hatten ein tolles Team an Leuten. Das ist auch so ein bisschen schicker. Das war so das Schickste, wo ich war. Und wenn man sich was Besonderes gönnen möchte, dahin ins Kurumori. Da waren auch, weißt du, das ist ja so, wenn du jemanden fragst, ich habe das und das zum Essen ausgesucht, was trinke ich denn am besten dazu? Alkoholfrei oder alkoholisch? So, und dann steht dann jemand, das finde ich ja immer fantastisch, der sich richtig freut über die Frage, wo du so merkst, dem blinken die Augen und sagt, yeah, cool, danke, ich habe eine Aufgabe. Und ich weiß genau, was du brauchst und was du willst. Und da stellst du vorher so ein, zwei Fragen. Also wirklich so ein mega cooler, so ein Millier-Style. Der hat so ein paar Fragen gestellt, um einzuordnen, wie du so drauf bist. Bist du mehr so der fruchtige Typ? Bist du mehr so ein Jochen? So ein verspielter, fruchtiger, süßer Typ? Bitte, das lasse ich so stehen. Ja, ne? Oder bist du halt jemand, der eher so mineralisch drauf ist, jemand, der experimentell unterwegs ist, dem es auch nicht mal ausmacht, wenn im Mund was passiert, was noch nie passiert ist, weißt du? Und so stellte er so ein paar Fragen und sagte dann, okay, ich bring dir dann was. Und so, okay, was ist da? Okay, dann hier zu meinen Speisen. Und das war dann Wahnsinn. Das finde ich immer toll, wenn Getränke und Essen, und das lerne ich jetzt, das lerne ich erst so auch die letzten 10, 15 Jahren. Also die Kombi da raus. Ich dachte immer früher, ah, da wird so ein Gebäse drum gemacht. Und das ist vielleicht auch dann so, ich glaube, vielleicht ist das mit 20, 25 Jahren auch eher egal. Ja. Und mir war das völlig egal. Aber irgendwann, ich komme ja zu einer Weingegend, ich hatte ja dann Weine immer so auf dem Schirm und wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt, dann wird das immer spannender. Und wenn dann so jemand genau weiß, wie was im Mund dann zusammenpasst und du wirklich das Gefühl hast, ich habe auch schon mal ein Wein getrunken, vor dem Essen einen Schluck genommen, zum Ausprobieren, und da dachte ich, nö, okay. Und zum Essen war das halt dann Wahnsinn, was halt der Wein und das Essen halt gemacht hat. Und das geht ja auch mit Säften und mit Cocktails, muss ja nicht immer Alkohol sein. Also wo du genau weißt, welche Flüssigkeit zu etwas Festem passt und wie das sich gegenseitig noch besser macht. Und das war im, das konnten die im Kurumori. Und deshalb war das so ein fantastischer Abend, da mitten dann nochmal in Freiburg, in der Altstadt. Und für mich dann ein super Abschluss von einem langen Wochenende, von Freitag, Samstag, Sonntag, das mir so viel Lust auf mehr gemacht hat. Das war jetzt wirklich nur ein Wochenende. Und ich war halt von morgens bis abends unterwegs. Alter, ich brauche neue Fußsohlen. Ich muss zum Schuss, ja. Aber es war fantastisch. Und das hat so einen Eindruck gemacht, Wochenende, du bist komplett raus aus allem. Oder auch für einen längeren Urlaub für die ganze Familie. Oder du bist allein. Es ist Süddeutschland, es ist Freiburg, es sind ganz viele unterschiedliche Leute. Du kommst schnell in Kontakt mit Leuten. Das macht Spaß. Aber du kannst auch ein fantastisches Pärchenwochenende haben. Du kannst erkunden, du kannst dich auch einfach nur da hinsetzen und gucken. Also rund um ihr Markt, ich bin begeistert von Freiburg, ist jetzt eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland. Das ist gut, weil es einfach jetzt eine neue Alternative für so einen Wochenendtrip zum Beispiel ist. Also das fällt natürlich am leichtesten zu organisieren. Also die große Schule, du hast ja recht. Und wenn man sich das auf der Karte anguckt, dann wird einem das auch klar, dass du ja praktisch drei Länder besuchen kannst in dem Urlaub. Also das ist ja gar kein Akt, wenn du da jetzt länger bist. Aber diese Wochenendnummer ist schon sehr reizvoll. Weil man ja auch, weil sich das Ding ja auch erlaufen lässt. Du kommst ja sogar raus in den zwei Tagen. Also hast jetzt nicht nur Innenstadt, sondern kannst da schon deine Facette zulegen. Man kann es natürlich auch wahnsinnig viel abdecken. Vom Klassischen bis zum Modernen. Ja, also Wettergarantie gibt es ja nie. Aber die ist ja da zumindest recht hoch. Und selbst wenn nicht, gibt es da noch genug Alternativen, die sonst funktionieren. Also ich bin dabei. Auch bei mir auf die Karte kommen. War mir halt nie so klar. Ich kannte den Fußballverein. Einer der sympathischsten der Bundesliga. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ob man ein Fan ist oder nicht. Also das muss man ja einfach mal sagen. Es geht auch anders. Vielleicht sehen die Leute das in Stuttgart ein bisschen anders. Ja gut, ich kenne mich mit denen. Oder in Hoffenheim. Ja, ich kenne mich mit denen. Da ist dann Regionalkonkurrenz. Aber ich glaube auch, dass viele Leute in Deutschland das, was die da machen, gut finden. Wenn sie Fußball mögen. Ja, ich weiß gar nicht, wie voll das Stadion ist. Wahrscheinlich sehr voll. Aber sonst kann man das ja auch mal verbinden. Oder wenn dann einer aus dem Team oder der Gruppe da hingehen will, dann haben die anderen auch genug anderes zu tun. Und das klingt alles rund, wenn du mich fragst. Ja, es ist eine mega entspannte Stadt. Mega schön. Doppeldaumen hoch für Freiburg. Gut zu erreichen. Nach der Bahn draußen und dann nur noch rumlaufen. Perfekt. Zack. So geht es doch auch. Und zu Not mal eben nach Frankreich. Soll ja Schlimmeres geben. Nee, schön. Vielen lieben Dank dafür. Sehr gerne. Wieder mal einen kleinen Fleck auf der Landkarle dazugewonnen. Also auf jeden Fall auf meiner Liste. Hey, Prime-Mitglieder. Diesen Podcast könnt ihr euch jetzt auch werbefrei auf Amazon Music anhören. Also holt euch die Amazon Music App noch heute. Zeig mal Bilder, zeig mal Videos auf Instagram und Facebook. Ich möchte darauf bestehen, weil ich das einfach sehen will. Vor allem du da irgendwie im Nodistencamp oder halt als Schamane. Da habe ich natürlich keine Bilder gemacht, weil ich respektvoll bin. Ich habe das gemacht, was du nicht machen würdest. Ich habe überlegt in dem Moment, ich muss jetzt alles das machen, was Jochen, also umgekehrt, ich mache jetzt alles das nicht, was Jochen jetzt machen würde. Also ich meine Bilder von dir. Also das steht ja außer Frage, dass man, das ist ja völlig klar. Das habe ich auch nicht gemacht, weil ich einfach, ich habe einfach so einen Geschmackskompass, wo ich sage, was kann ich Leuten zutrauen und was nicht. Und ich habe da einfach Grenzen. Ja, das Wort kenne ich nicht, gerade in diesem Drei-Länder-Eck. Ja gut, aber du wirst andere Bilder haben und andere Erfahrungen. Die könnt ihr bei uns dann sehen auf Instagram, unserem Facebook-Account. Ihr könnt die auch auf unserem Blog sehen, auf die Reisen, Reisen. Den Blog, den findet ihr, wenn ihr das googelt oder so. Die Adresse ist so lang, wenn ich die ausspreche, sprengt das die Sendezeit. Aber da findet ihr mal einen detaillierten Artikel mit all den Tipps nochmal verschriftlicht, falls ihr jetzt nicht so genau mitgekommen seid. Oder so, unsere Kollegin Julia schreibt das immer nochmal wundervoll zusammen, auch mit Bildern von Michi und so. Und ja, also bei Instagram, gerade bei Instagram ist gerade echt wieder viel los die Tage. Wir haben ja jetzt ja irgendwie vor ein paar Wochen die 20.000 geknackt. Damit sind wir offiziell Influencer, würde ich mal sagen. Ich lege das jetzt einfach mal fest. Ja, das ist gut. Und nee, das macht einfach Spaß. Also kommt da mal vorbei, weil es halt eben nicht nur ist, dass Michi im Bikini von der Berglandschaft liegt oder so, sondern da wird dann auch diskutiert. Also nicht darüber, da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen, wenn das passieren würde, sondern einfach so andere Sachen. Also wir diskutieren dann mit den lieben Menschen von euch, die da schon sind darüber, seid ihr Team Berge oder Team Meer? Oder seid ihr, welcher Frühstücksteam seid ihr? Ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Aber wir haben da natürlich beide schon Erfahrung gemacht. Wie gesagt, Michi grüßt den Morgen mit allen Zellen, so ich nicht. Du robbst ja quasi so einen Tag rein. Also das Bild, stell dir vor, da ist jemand, der ist gerade, keine Ahnung, hat sich gerade stark oder schwer verletzt, er leidet sehr und er kann nicht mal laufen, er robbt auf dem Boden durch den Dreck. Das ist quasi so, wie Jochen in den Tag startet. Genau. Und dann so 16 Gläser lauwarmes Wasser. Also so ein Laugenbrötchen trocken würde ich auch noch nehmen, nicht mit deiner Obstveranstaltung da drauf oder so, das schaffe ich noch nicht. Und dann nehme ich einen Karcher und karche ihn so ab, mache ihn sauber und dann stellen wir ihn aufs Gleis. So sieht es aus. Aber dann rollt er irgendwann schneller bergab als alle anderen. Ja, das stimmt. Bergab geht es immer schneller. Oder auch die Diskussion Team Berge oder Team Meer ist sehr hinreißend, weil Leute da auch wirklich schreiben Team Berge, weil, aber es gab jetzt auch einen Menschen, der geschrieben hat, ich war in den Bergen, aber das Meer lässt mich nie los. Das hat ja auch viel mit Heimatverbundenheit zu tun. Und dann wird das Rauschen beschrieben oder halt irgendwie die Vielseitigkeit der Berge. Also ihr könnt uns da auch selber von euch erzählen. Ihr könnt uns auch immer verlinken. Kommt gern vorbei. Für uns ist das wundervoll zu sehen, dass halt auch die Reisenreisen-Community eine Eigendynamik annimmt und Leute da auch untereinander Reisetipps austauschen und sich befruchten. Und das ist einfach wundervoll, möchte ich sagen. Ansonsten fällt mir noch ein, wenn euch das gefallen hat oder auch nicht, dann hinterlasst uns gern Sterne. Also macht das gern. Bei Apple geht das. Oder eine Bewertung da oder so. Wir sind jetzt nicht der große Startup-Schuppen mit 6 Milliarden und 12.000 Mitarbeitern im Hintergrund und haben eine riesen Medienrampe oder so, sondern ihr seid sozusagen das, warum wir das machen. Und wenn ihr das gut findet, lasst es gern uns und andere Leute wissen. Das würde uns einfach freuen. Wenn ihr übrigens 6 Milliarden übrig habt. Ja. Also wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr bei uns einsteigen. Schreibt aber so eine Privatnachricht bei Instagram an. Am besten gleich an mich. Ich gebe das Michi dann weiter wahrscheinlich. Also wir wüssten, was wir mit dem Geld... Wir könnten noch mehr machen. Ja. Wir könnten noch mehr Podcasts machen vor euch. Ja, oder halt auch so Remote-Arbeiten in Freiburg oder so. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Ja, genau. Habe ich gehört. Irgendwo in der Bahn. Gut. Danke Michael. Danke da draußen fürs Zuhören. Und passt auf euch auf. Und Freiburg steht auf meiner Card, auf eure vielleicht auch. Das klingt nach sehr, sehr vielen von dem, was ich beim kurz oder längeren Trip in Deutschland gerne erleben würde. Auch kulinarisch. Ich bin dabei. Bis bald, Leute. Wir hören uns wieder. Und adios. Adios, wie man Freiburg sagt. Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.